Ich bekomme oft die Frage, was ich eigentlich von Burbys halte. Ich war in der Vergangenheit ein großer Fan von Burbys. Ich habe die einige Male übers Jahr immer wieder in verschiedensten Trainingsformaten ausgeführt. Das Problem mit Burbys ist, 20% vertragen Burbys, 80% nicht. Die, die es nicht vertragen, haben meistens Probleme in den Schultern, wenn sie Burbys regelmäßig ausführen. Wenn du für den Alltag trainierst, willst du ja eigentlich widerstandsfähiger für den Alltag werden. Deswegen habe ich hier mal eine Alternative für Burbys für dich. Die ist auch wieder von dem grandiosen Dan John. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Dan aussieht und zeige dir im Anschluss auch oder verrate dir im Anschluss, wie du das Ganze auch in ein Trainingsformat einsetzen kannst, sodass du den ganzen Körper mit allen fundamentalen Bewegungen abholst. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. Ich zeige dir jetzt mal, wie die beste Burby-Alternative von Danach. 5 Squats, 5 Push-Ups, 15 Swings, 4-4, 3-3, 2-2, 1-1. Danach hat in seinem Video, das verlinke ich dir nachher nochmal, noch eine Variante, wo du auch bei der 10 anfangen kannst. Das ist wesentlich, wesentlich krasser. Das habe ich schon mal gemacht. Wenn du die Pace beibehältst, hast du echt das Gefühl, dass du auch bei Burbys hast. Also ich merke schon das alles schön an. Die Swings hinterlassen deutliche Wirkung. Die Idee ist halt, Hardstyle-Swings, um wirklich einen hohen Output zu generieren. Wenn du den ganzen Körper abrunden willst, dann macht es Sinn, dass du vorher sowas wie Turkish Get-Up und vorgebergtes Rudern einsetzt. Dann den menschlichen oder humanen Burby machst. Und hinten raus tust du einfach eine Trage-Variante. Das Körperkreuzheben würde ich empfehlen, um die Seiten nochmal ein bisschen abzuholen. Aber alle anderen Loaded-Carries machen da auch viel Sinn. Ich verlinke dir hier mal noch ein Video von einer Trainingsidee von Dan John. Hört jetzt auch mal an. Das ist ein Complex mit zwei Kettebelts. Das war das letzte Video und dann kriegst du auch eine Idee, dass da was alles dahinter ist hinter dem Trainingsprogramm von Dan John.